Musik Es ist deswegen so lustig, weil die Idee eben wirklich von den Bewohnern gekommen ist oder von den Leuten, die dann dort wirklich wohnen wollten und nicht irgendjemand, der von oben erklärt hat, ihr müsst unter diesen Bedingungen so und so wohnen und das muss so und so ausschauen. Das waren die Studenten selber bei dieser Audimax-Besetzung im Jahre 2009 in Wien. Da ist es zu Kontakt mit Obdachlosen gekommen, die natürlich auch in das Besetz der Audimax in der Nacht eingedrungen sind und dort zu übernachten. Da haben sich Freundschaften entwickelt, die dazu geführt haben, dass die Studenten gemeint haben, na gut, jetzt haben wir drei Monate wirklich gut zusammengearbeitet und wir wollen auch weiterhin irgendwie was mit den Obdachlosen tun. Und ja, so ist dieses Projekt entstanden. Also das Haus ist ein Biedermeierhaus. Es ist dreigeschossig gewesen. Das Dachgeschoss konnten wir abbauen und die Materialien, die im Dachgeschoss freigelegt wurden, das waren Dachbalken, das waren Ziegel und so weiter, konnten wir in anderen Räumlichkeiten wieder verwenden. Also aus den Dachbalken wurde die Bar zum Beispiel, die Ziegel wurden Bodenbeläge und Obstkisten, die zu Wandverkleidungen wurden. Es waren viele Sachspenden und so ist dieser recht eigenartige Mix zustande gekommen. Die Leute sind ja erst im Mai letzten Jahres eingezogen. Das heißt, sie haben den Sommer jetzt hinter sich und auch den Winter. Der Sommer war fabelhaft, weil sie gemeint haben, sie haben wirklich die meiste Zeit im Freien verbracht. Entweder auf diesen Laubengängen oder diesen vorgelagerten Terrassen oder eben auf dem Dach. Jetzt im Winter müssen sie sich natürlich in ihre Räumlichkeiten wieder zurückziehen, aber auch da gibt es ja gemeinschaftliche große Räume, wo sie sich treffen können. Sie können immer unten ins Lokal ausweichen, das offen ist, wo es keinen Konsumzwang gibt. Also man kann sich auch unten im Lokal mit Freunden treffen. Man muss nicht in seinem Zimmer bleiben oder in dem Wohnzimmer der WG, sondern es gibt viele Möglichkeiten sich ins Haus zu bewegen. Ich bin sehr froh und sehr glücklich darüber, weil es auch andere Randgruppen ein bisschen beleuchtet. Es wird über Behinderte, Alte, aber es gibt so viele Randgruppen, die man oft gar nicht bedenkt oder nur irgendwie auf die Seite schiebt und das zeigt, dass man mit ein bisschen, wenn man die Sachen ein bisschen anders angeht, dass auch solche Dinge zu lösen wären. In sehr kleiner Form, aber ich hoffe, das macht Freude auf neue Projekte. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!